Mein Mann und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Megaman. Ja, wie ihr seht, sind wir an einem ganz anderen Ort als vom Ende des anderen Levels. Ich hatte nämlich schon mal eine Folge aufgenommen und hab's auch durchgespielt. Nur dann ist mir dann am Ende aufgefallen, dass, ja, die Stimme nicht mit aufgezeichnet wurde. Und da ich jetzt einen Save-State gemacht hab, muss ich leider von nie weiterspielen. Sorry, Leute. Aber im letzten Teil ist eh nichts viel passiert. Das habe ich nur einmal gegen einen Robo-Megaman, also von mir selber gekämpft. Ah! Aber sonst ist nicht viel passiert. Okay, ich nehme mal am besten so eine Alec-Man-Fähigkeit. Nein, 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 nein. Nein, nein. Egal. So, hier kommt nämlich ein etwas schwierigere Gegner als überhaupt. Es wäre gut, wenn wir alle Leben behalten könnten, würden. Komm. Jetzt immer kurz auf den Blaster wechseln. Jetzt sind wir in so einer Art Wasserwelt oder Wasserstrom, weil unser Gegner gleich ein mieser, mieser motherfucker wird. Ein mieser, mieser, mieser motherfucker. Oh, Mann, bitte treff mich nicht. Oh, er musste mich ja treffen. Okay, wenigstens volles Leben. Okay. So, ihr werdet gleich sehen, warum das jetzt gleich so stressig wird, gegen diesen Boss hier zu kämpfen. Komm. Okay. Nein, 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 aua. Okay. Das hatten wir. Wow, das war knapp. Genau, und ich muss auch noch hoch springen. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Komm. Oh, das muss ja sein. Okay, jetzt mal zur Guts-Mens-Fähigkeit wechseln. Einmal. Und zweimal. Gut, das hatten wir jetzt auch schon mal geschafft. Den Teil hatte ich nämlich jetzt auch schon gespielt. Gerade weil, wie schon gesagt, ich den letzten Part ein bisschen länger gespielt habe. Deswegen habe ich in dem letzten Part den Boss einfach nicht mehr geschafft. Aber jetzt war das hier, ja, ein bisschen easy. Okay, so, so, wow. Musste er sein. Ich stehe den Hohensohn, ich hasse. Okay, das war knapp. Ich hasse diese Teile. Okay, Guts-Man. Das war jetzt eigentlich ein bisschen doof. Jetzt kann ich da oben nicht mal ran. Oder? Ja, ich kann doch, oder, oder? Jetzt wechsel doch. Kann ich die Fähigkeit nicht wechseln? Entscheide nicht. Nee. Dann halt nicht. Bleiben wir weiter beim Blaster. Okay. Mann. Ich heule gleich. Ich habe jetzt fast geschafft. Boah, facken wir mich jetzt alle ab. Und am Ende stellt sich raus, dass ich die Fähigkeit noch brauche. Könnte ich mir so gut vorstellen. Oh nein. Wow. Warum ausgerechnet die? Scheiße hier. Jetzt kommt da noch was, oder nicht? Hallo. Okay, doch. Nein. Ah. Nein, Mann. Scheiße. Oh, nee. Ich will leben, habe ich noch hier. Ja. Ja, komm. Bringt jetzt auch nichts mehr. Wow, das war knapp. So. An die Fähigkeit oben komme ich eh nicht mehr ran. Glaube ich. Oder? Okay. Mann. Mann. Ja. Oh, nö. Jetzt, wo ich es geschafft habe. Die Fähigkeit wollte ich eigentlich nicht aufladen. Shit. Ah, zu spät. Nein, aber ich dachte, da treffe ich mich von hier nicht mehr. Wieso sind hier so viele Guts-Mans? Shit. Mann. Hä? Da war doch aber ein Auffüller für die Fähigkeit. Scheiße. Ach, Mann. Jetzt muss ich hier wieder 100 Jahre warten. Wow, wow. Nein. Shit, ich hatte springen sollen. Scheiße. Fuck. Ja, ich habe noch eh noch dieses Leben. Das bringt jetzt auch nichts mehr. Töte ich mich jetzt einfach noch mal. Ja, please. Continue. Und zack. Und zack. Und zack. Ach, Scheiße. Alle Sachen, die ich brauche und ich kriege kein einziges davon. Geil. Ach, Mann. Nein. Geil. Boah. Ich habe mich wieder daran erinnert. So, gut. Jetzt habe ich gleich noch nicht wieder vergessen zu springen. Ach, Menno. Komm schon. Jetzt komm schon. Mega, man wartet sehnsüchtig drauf. Wow. Ey. Das ist unfassbar. Das ist doch unfassbar. Ich glaube, ich hätte den... Ah. Genau, Megaman wird von allem getroffen. Nein. Ah, Mann. Megaman kann einen ab und zu richtig zum Rumraging bringen. Das ist bei mir bewiesen. Bei mir ist es echt bewiesen worden. Finde ich sonst etwas. Ach, schade. Ach, schade. Ich weiß nicht, wie ich schon so oft wenigstens etwas gesagt habe. Weil ich glaube, ich bin echt für alles. Nein. Dankbar. Shit. Ich dachte, ich schaffe es bis dahin. Also, ja. Ich glaube, ich habe noch einen Freitag. Oh, das ist doch nicht wahr. Das ist echt doch nicht wahr. Das gibt es nur bei mir hier. Ey. Ganz in Geduld leben. Ganz in Geduld. Jeder macht Fehler. Jeder macht Fehler. Jeder macht Fehler. Okay, gut. Das hat mich überstanden vorher erst, bis sie nicht jeder dahin müssen. Und zack. Ach, Mann. Ach, Mann. Keine Ausflüchte mehr. Jetzt geht's rund. Ich wäre fast wieder weiter gesprungen. So, diesmal üben wir uns in Geduld. Diesmal wissen wir, was wir machen müssen. Denke ich. Wow. So. Shit. Okay. Ich glaube, ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss. Ach, Mann. Ich glaube, ich werde noch 100 Jahre in diesem Level sitzen. So. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, gut. Okay, gut. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass es noch weiter geht. Weiter mit Saitama. Mit, mit Genos. Ich fand den Kampf am besten, wo, wo Genos wollte, dass Saitama gegen ihn antritt. Also wenn ich weiß, wer Saitama ist. Saitama ist halt One Punch Man. Der Typ, der alle mit einem Schlag wegfickt. Und. Ja, da ist Genos so richtig abgegangen und. Ja. Saitama hat ihn einfach nur nicht für ernst genommen. Ey. Du verkacktes Scheißteil. Wie? Oh. Ich glaube, ich habe meinen Fehler erkannt. Sekunde, Sekunde. Ja, komm her. Warte. Ja gut, ich habe noch Herbie. Ich habe Eier. Ich habe gerade abgekackt. Ich habe jetzt nämlich meinen Fehler erkannt. Auf jeden Fall. Ich fand, das war da irgendwie die beste Fight überhaupt. Ja, okay. Mit dem letzten Fight. Mit diesem. Mit diesem Alien-Vieh, was. Was Planete zerstört hat. Gerade, weil ihm langweilig war. Er hat den besten gesucht, aber. Hatte, hatte ihn nicht gefunden. Und dann hat ihm so eine Wahrsagerin gesagt. So, geh nach. Geh zur Erde. Dort findest du deinen perfekten Gegner. Und so, traf er dann auf Saitama. Und Saitama hatte immer noch Probleme mit. Oder besser gesagt, er war immer noch kein Gegner für ihn. Saitama ist einfach so ein krasser, mieser Ober-Motherfucker. So. Nein. Bisschen zu früh. Scheiße. Ah, fuck. Ach man. Okay. Ich glaube mal. Noch zwei Versuche. Nein. Der Versuch zählt nicht. Der Versuch zählt nicht. Komm her. Ja. Der Versuch zählt auch nicht. So. Die nächsten sind jetzt meine drei letzten Leben. Und ich schäme mich gerade einfach nur dafür, weil man in dieser Folge einfach nicht sehr viel gesehen hat. Man hat einfach in dieser Folge überhaupt nichts gesehen. Und deswegen schäme ich mich jetzt dafür. Okay. So. Dann schnauze Gutsman. Das mitnehmen. Den da wegwurschteln. Alec Man. Das wird jetzt einfach so ein kleiner Speedrun. Fehlt der mir Leben? Ich wüsste nicht, dass mir Leben gefehlt hätte. So. Und zack. Nein. Zu hoch. Scheiße. Ach man. Ich war viel zu nervös. Meine Hände haben viel zu sehr gezittert. Scheiße. Vor allem, ich kenne den Weg jetzt einfach auswendig. Mann. Nein, das war okay. Das war jetzt verschwendet. So, derbe verschwendet. Ich lasse mich jetzt irgendwie nur noch treffen. Was irgendwie nicht so gut ist. So, diesmal darf ich nicht zu... Woa. Egal. Was ist das letzte? Ich will das irgendwie haben. Ich kam aber so nicht rüber. Obwohl. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Das ist jetzt mein letztes... Oh ne, wir haben ja noch ein paar Leben. Das stimmt, weil ich das voll eingesammelt habe. Wenn ich das jetzt immer einsammle, wird... ...wird das, glaube ich, irgendwie ein bisschen lange dauern. Oh Mann. Das ist doch nicht wahr. Nein, Falschschwierigkeit. Ich hatte so... Hä? Okay. Cheater einfach. Kein Problem. Treffen mich. Auch kein Problem. Alles kein Problem. Okay, das Teil gerade noch servischt. Die Fähigkeit, was einfach auch verbraucht ist. Okay, so. Ich bin noch so ein Idiot. Aua. Scheiße. Egal. Er ist mir sowas von scheißegal. Das ist jetzt mein letztes Leben. Wie gesagt, ich glaube, das ist mein letztes Leben. Müsste. Und das würde ich jetzt einfach... ...einfach mit dem letzten Leben beenden. Bitte echt hier noch so'n kleiner Speedrun. So, nicht springen. So. Jetzt springen. Wow. Ja. Ho. Ach so, das führt die ganzen Fähigkeiten wieder auf. Boah. Okay. Ich warte lieber, bis es wieder zurückkommt. Okay. Ja, endlich. Oh, das ist jetzt nicht wahr. Was hilft dir nochmal gegen... ...gegen Gutsman? Alecman? ...Iceman? ...Iceman? ...Bombman? ...Bombman nicht. Ich würde mal sagen, dagegen hilft... ...Half dann... ...Nein! ...Half dagegen nicht. Alecmans Fähigkeit? ...Iceman? ...Nä. 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 Boah, ich bin gerade überfordert. ...Nä. ...Kappt man glaube ich auch nicht. ...Nä. ...Nein. ...Shit, das trifft mich jetzt. ...Aua. ...Ne. ...Nä. 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 es zieht ganz schön viel ab aber nein 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 boah ich wollte schon sagen wer gewinnt jetzt aber mit sehr wenig leben so wie viel ich jetzt noch habe ist das sind auch nicht gut ok dagegen hier half mir eisman boah wie unfair ist das denn das ist unfassbar wie unfair das ist ok gegen wen wieder ok gegen ihn war fireman nein shit ok so jetzt kommt eisman wie man sich dafür einfach nicht schützen kann ok ich habe jetzt keine ahnung wer jetzt kommt wer kommt jetzt gar zum glatt ne eisman äh elec ne doch elecman oder bombman elecman elecman elecman's fähigkeit boah wie ich einfach kein leben bekomme wer kommt jetzt ich glaube gutsman oder ja boah wer half gegen gutsman bombman nein shit ach ne ah ja gut ich würde mal sagen ich beende mal hier sonst die folge sonst wird da und ja leute haut rein ciao